Das neunzehnte Kapitel Wie er in Lüttich studiert und sich aufgeführt hat Weil der Reichtum meines Vaters von Tag zu Tag größer wurde, tauchten auch immer mehr Schmarotzer und Schmeichler bei ihm auf, die meine Klugheit lobten und meinten, ich müsse unbedingt studieren, während sie über meine Unarten kein Wort verloren, oder sie wenigstens zu entschuldigen wußten, denn sie spürten, daß sie sonst weder bei meiner Mutter noch bei meinem Vater weit gekommen wären. So hatten meine Eltern an ihrem Sohn mehr Freude als eine Grasmücke an dem Kuckuck, den sie aufzieht. Sie stellten einen Hauslehrer ein und schickten mich mit ihm nach Lüttich. Weniger, um zu studieren, als um Französisch zu lernen. Sie wollten ja keinen Theologen aus mir machen, sondern einen Handelsmann. Den Lehrer wiesen sie an, nicht allzu streng mit mir zu sein, damit ich keinen ängstlichen, unterwürfigen Charakter davon bekäme. Er solle mich auch getrost unter die Leute lassen, damit ich nicht menschenscheu würde und sich stets vor Augen halten, daß sie keinen Mönch, sondern einen Mann von Welt aus mir machen wollten, der wissen müsse, was schwarz und was weiß sei. Solcher Direktiven bedurfte es bei meinem Lehrer nicht. Er war ja selbst zu allen Schandtaten bereit. Wie hätte er sie mir verbieten oder mich wegen geringer Verfehlungen ernstlich tadeln können, wenn er selbst viel schwererer beging? An Frauen und Saufen war ihm besonders gelegen. Mir dagegen von Natur aus mehr an Raufen und Schlagen. Und so lief ich bald mit ihm und seinesgleichen nachts in den Straßen herum und lernte in kurzer Zeit mehr Unarten als Latein von ihm. Was das Studium anging, verließ ich mich auf mein gutes Gedächtnis und meinen scharfen Verstand, kümmerte mich sonst wenig darum und versenkte mich dafür um so tiefer in Laster, Aberwitz und Eskapaden. Mein Gewissen war schon so ausgeweitet, dass ein großer Heuwagen ihn durchgepasst hätte. Bedenkenlos las ich in der Kirche und sogar während der Predigt in den Werken Bernis, Burkielos und Aretinos und hörte im ganzen Gottesdienst nichts lieber, als wenn es endlich hieß »Itemissa« ist. Im Übrigen markierte ich den feinen Pinkel, kleidete mich nach der neuesten Mode und machte mir jeden Tag zum Festtag. Weil ich mich aufführte wie ein gemachter Mann und nicht nur das Geld, das mir mein Vater zu meinem Unterhalt reichlich schickte, sondern auch das gleichfalls nicht knapp bemessene Milchgeld meiner Mutter munter springen ließ, lockten uns auch die Frauen zu sich, vor allem meinen Lehrer. Bei diesen Schlampen lernte ich Schöntun, Schmusen und Spielen. Streiten, Raufen und Schlagen konnte ich schon, und vom Fressen und Saufen hielt mich mein Lehrer auch nicht ab, weil er selbst viel zu gern mittat. Dieses herrliche Leben führten wir anderthalb Jahre, bis mein Vater durch seinen lütticher Konturisten davon erfuhr, bei dem wir anfangs auch gegessen hatten. Dem wurde nun befohlen, ein Auge auf uns zu haben, meinen Lehrer zu entlassen und mir die Zügel nicht mehr so lang zu lassen, sondern genau darauf zu achten, wie ich mit dem Geld umging. Das ärgerte mich und meinen Lehrer sehr. Aber wir steckten trotz seiner Entlassung weiter Tag und Nacht zusammen. Weil wir aber nicht mehr mit Geld um uns werfen konnten wie bisher, schlossen wir uns eine Bande an, die den Leuten auf der Straße nachts die Mäntel stahl oder sie gar in der Maß ertränkte. Was wir auf diese Weise unter größter Gefahr errafften, verprassten wir dann mit unseren Huren und kümmerten uns um das Studium so gut wie gar nicht mehr. Eines Nachts jedoch, als wir uns wie gewohnt herumtrieben, um den Studenten ihre Mäntel zu entwenden, zogen wir den Kürzeren und wurden überwältigt. Mein Lehrer erstochen und ich mit fünf anderen, die richtige Diebe, waren festgenommen und eingesperrt. Beim Verhör am nächsten Tag erwähnte ich den Konturisten meines Vaters, der in der Stadt ein angesehener Mann war. Man ließ ihn kommen, befragte ihn nach mir, und da er für mich bürgte, kam ich frei. Oder sollte vielmehr bis auf Weiteres bei ihm zu Hause in Arrest bleiben. Inzwischen wurden mein Lehrer begraben, jene fünf als Diebe, Räuber und Mörder bestraft, mein Vater aber benachrichtigt, wie es mit mir stand. Da kam er schleunig selbst nach Lüttich, regelte meine Angelegenheit mit Geld und hielt mir eine strenge Predigt. Wegen der Sorgen und dem Unglück, das ich ihm machte, und der Verzweiflung, in die meine Mutter wegen meiner Schandtaten geraten sei, drohte auch, er wolle mich enterben und zum Teufel jagen, wenn ich mich nicht besserte. Ich versprach Besserung und ritt mit ihm nach Hause. Und damit endete denn auch mein Studium.